Grüß euch Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast, denn heute müssen wir über eine Sache sprechen, die mir bei den ganzen Turnschuh-Hype, Metaverse, Sneaker, was auch immer Zeug, einfach ein bisschen Bedenken gibt. Ich meine, ich bin da drin, ich bin da richtig happy damit, ich finde es einfach wieder so lustig, irgend solche Weirdo-Coins im Portfolio zu halten, natürlich nur um Profite zu machen und das ist uns eigentlich auch ziemlich gut geglückt. Zugegeben, ich habe vor drei Wochen ein Video gemacht und da war ich ziemlich skeptisch. Hätte man damals gekauft, wäre man jetzt mit ein paar mehr X im Plus, das ist schon richtig wild, was in dieser Zeit passiert ist, aber ich persönlich muss mich einfach davor schützen, dass ich eure Portfolio schrotte und das ist meine oberste Priorität. Deshalb verzeiht mir es ein bisschen, wenn ich anfangs immer ein bisschen skeptisch bin mit der Zeit, wenn ich die Sachen verstehe, wenn ich sie mir gut ansehe, dann gehe ich da teilweise rein. Muss aber auch immer noch sagen, es ist ein massives Risiko und wir hatten zum Beispiel Glück, wir haben den Step-Token vor vier Tagen bei circa 3 Cent im Video gehabt, heute ist der knapp über 5 Cent und war ja schon bei 6 Cent, also das war auch nochmal so ein schneller 100% Move. Aber jetzt, da viele Leute irgendwie mit FOMO reingehen, irgendwie aus Fear of Missing Out, da die Tokens kaufen, muss ich einfach wieder mal so ein bisschen den Wind aus den Segel nehmen, genauso wie ich es damals bei Coin2Fish gemacht habe. Das war damals ein Kryptospiel, wo du Fische füttern musstest und dann hast du auch damit Geld verdient und ich war der einzige und erste Typ, der überhaupt irgendwie was mit Scam und unseriös und sinnlos gemacht hat und kurze Zeit später war dieses Milliarden Market Cap große Projekt weg. Market Cap jetzt bei 2 Dollar oder sowas, also das ist weg. Bei den Schuhen habe ich ehrlich gesagt ein besseres Gefühl, es gefällt mir generell, aber ich möchte einfach auf ein paar Risiken eingehen, die du unbedingt einfach im Hinterkopf behalten musst, bevor du da wirklich viel zu viel Geld reinbutterst. Weil was mir einfach so aufgefallen ist bei der ganzen Sache, Der Preis bestimmt sich ja durch Angebot und durch die Nachfrage. Genauer gesagt nicht nur beim GST und beim GMT, das sind diese zwei Tokens, die man in dem Spiel hat, sondern auch bei den Schuhen. Und der Schuh und der Tokenpreis, der hängt unmittelbar und ziemlich eng verstrickt miteinander zusammen. Schauen wir uns das einfach mal mit dem Bitcoin an. Der Bitcoin ist limitiert auf 21 Millionen Stück. Egal was kommt, es wird nur maximal 21 Millionen geben. Es gibt sogar schon weniger, weil viele irgendwo ins Nirvana hingesendet wurden, falsche Adressen, verlorene Private Keys und viele nicht mehr zugänglich sind. Eine Inflation ist bei diesem Coin einfach nicht möglich. Beim Euro schon, der wird ja gedruckt bis zum Umfallen. Und wenn du immer eine Waage hast mit vielen Euros und vielen Bitcoins, Bitcoin wird niemals mehr sein, aber die Euros, die in der Waage liegen, werden immer, immer, immer mehr. Sprich, der Euro wird wertloser und der Bitcoin hat dementsprechend einen höheren Wert in Euro, weil es von dem einfach immer wieder mehr gibt. Einfache Rechnung. Noch dazu ist die Menge an Nutzern, die Bitcoin hat, gigantisch. Die Sicherheit des Netzwerks ist auch unglaublich und noch nie da gewesen im kompletten Tech-Space, weil einfach keine Hacks stattgefunden haben bisher. Einfach alles sicher ist. Und das macht Bitcoin immer im Preis steigend. Wie sieht das jetzt bei Step-In aus? Es ist grundsätzlich so, dass der GST ein unlimitiertes Angebot hat. Das ist der Token, den du ingame mit deinen Schritten verdienst. Jeder Nutzer wird mit jedem Schritt belohnt und es werden ständig neue GST in den Markt reingeschmissen. Sprich, eigentlich haben wir da eine Notendruckerei, die jeder selber nochmal mit anfeuert und nicht von einer Zentralbank gemacht wird. Hier wird einfach Geld aus dem Nichts geschaffen. Theoretisch. Wieso steigt dann der Preis trotzdem, wenn jeder unendlich vielen von diesen Tokens mit der Zeit geschenkt bekommt? In diesem Spiel sind verschiedene Burning-Mechanismen integriert. Sprich, immer wenn du einen Schuh mintest, ihn reparierst, was du eigentlich immer gleich, nachdem du sie benutzt hast, machen kannst. Wenn du sie uplevelst, was ich auch anfangs immer gemacht habe, alles, wo du ingame diesen Token quasi zum Bezahlen nimmst, wird er geboren. Sprich, du schaffst dir das Geld, levelst damit deine Schuhe ab und hast es quasi nicht mehr. Also mein Eindruck ist schon, dass das System darauf aufgebaut ist, Nutzer zu motivieren, die Gelder gar nicht erst auszuzahlen, sondern die Gewinne immer gleich wieder in ihre Turnschuhe, in ihre Levels, in ihre was auch immer zu investieren. Was ja ziemlich schlau ist und im Endeffekt haben sie damit alles richtig gemacht, der Token steigt. Allerdings ärgert man sich, wenn man dann ein Schuhlevel abgemacht hat für, weiß nicht, 20 Dollar und einen Monat später wären die Token dann 5000 Dollar wert gewesen. Diese ganzen Kursanstiege von einem Dollar auf 5 Dollar haben ja nicht so viele Leute mitgemacht. Es wird auch nicht so viel verkauft, weil die Leute die Tokens ingame eigentlich gleich wieder zum Upgrade nehmen und sie geborent werden. Dadurch, dass diese Upgrades wirklich viele Profite bringen, kaufen dann die Leute noch zusätzlich zu ihren Rewards diese Tokens und damit steigt der Preis und keiner will verkaufen. Meine eigene Erfahrung mit ein paar Tagen in diesen Spielen und in diesen Coins ist es wirklich so, ja man bekommt zu 100% kostenlos, wenn du dir die schweineteuren NFTs kaufst, diese ganzen Tokens. Und die Versuchung ist extrem groß, die GST gleich wieder für Upgrades auszugeben, du kannst bezahlen, damit sie schneller gemacht werden, einfach wie so ein richtiger klassischer Spiel, nur du spielst hier wirklich mit Geld und das darf man nicht vergessen. Und wenn du immer auf Upgrades aus bist, ist die Folge einfach, dass das Profite nehmen sich nach hinten verschiebt. Zeitlich wirst du das einfach immer weiter nach hinten verschieben und ich finde den Faktor Zeit bei solchen Projekten ziemlich wichtig. Diese ganzen Gamblereien, wo Leute mit FOMO reinkommen, bei mir im Hinterkopf ist da immer so der Punkt, wo hört das Ganze auf, wie lange geht es noch gut. Und da ist eben der Punkt, solange das Ökosystem genutzt wird und viele Upgrades gemacht werden. Immer wenn man laufen geht und diese GST bekommt, dann muss man hoffen, dass die Masse sie wieder in die Schuhe reinpackt und kauft und kauft und kauft und kauft und nicht Geld aus dem System nimmt, weil es ja den Anschein vermittelt, dass das Geld immer mehr wird. Ein riesig wichtiger Punkt ist das Thema Steuer bei dem Ding. Ihr habt da zwar ein Spiel, es ist alles lässig aufgebaut mit Handy, Turnschuhen, Coins und hier Plus und Minus und Upgrades machen und Level Up, aber du spielst hier tatsächlich mit realen Geldwerten, musst du dir denken. Mein Schuh bringt mir am Tag circa 100 Dollar und diese 100 Dollar sind Einkommen. Ich darf da nicht 100 Dollar gleich wieder meine Schuhe reinpumpen, weil da gehört dem Staat tatsächlich Steuer. Das gehört dem Staat schon, wenn du es einnimmst. Und wenn du es einnimmst und keine Steuer bezahlst, dann machst du dir da longterm nur Probleme. Und da möchte ich nur appellieren, macht das einfach so, wie es bei euch gehört. Legt euch eine Tabelle an. Bei mir ist es auch so. Ich schreibe da jeden Tag mit. Hey, heute 23.04.20 GST, minus 3 GST für das Level und einen Teil habe ich zu Solana umgechanged und mit dem schicke ich mir das auf eine Börse, wo ich dann schlussendlich auch meine Steuern abzahle. Also schreibt einfach buchhalterisch mit und wenn ihr am Ende den Gewinn habt, der vielleicht sehr, sehr gut ist, dann denkt dran, zahlt einfach die blöde Steuer. Ist einfach so. Unter allen Zuschauern und Gruppenmitgliedern ist wirklich einfach die Stimmung richtig cool und wir haben richtig schlaue Köpfe in der Community. Also das freut mich natürlich immer sehr und wir haben so coole Kommentare und auf die möchte ich natürlich auch eingehen, weil es gibt Pro und Contra und ich möchte einfach beides widerspiegeln, damit du einfach von mir ein paar neutrale Sachen bekommst und dann abwägen kannst, was für dich besser oder schlechter ist. Und zwar hat der Double K kommentiert. Durch die Aktivierung des Codes hypt das Ding schon langsam und gleichmäßig. Stimmt tatsächlich. MMN, was auch immer das ist, ist der Key bei diesem Projekt. Die klassische du kommst hier nicht rein Methode und jeder will rein. Das ist genial. Tatsächlich. Du kommst in die Steppen App nur rein, wenn du einen Activation Code hast. Und das sind glaube ich nur 2000 Stück am Tag, die freigegeben werden. Und sonst kommst du nicht in das Spiel, sonst bringt dir das alles nichts. Und diese Türsteher Methode mit, du kommst hier nicht rein, ja, das macht es erst recht reizvoll reinzugehen. Ich persönlich habe meinen Code von einem Gruppenmitglied bekommen. Richtig cool. Also wenn ihr einen Code braucht, kommt einfach in die Telegram Gruppe. Jeder, der im Spiel 10 Energie verbrannt hat, bekommt sowieso einen gratis. Und Leute, teilen wir uns die Dinger einfach auf. Die werden teilweise auf Ebay verkaufen, was auch immer. Finde ich Schmutz, finde ich frech. Teilen wir die einfach, verschenken wir, schicken wir die einfach rein, sobald es welche gibt. Und ihr könnt euch da auch schlau machen, wie ihr anderwertig in den normalen Steppengruppen dann einen Activation Code bekommt. Ein richtig cooles Argument von Deep Brick war dann folgendes. Man muss sich nur mal Axie angucken. Also Axie Infinity, das größte Spiel jemals auf der Ethereum Chain, Multimilliarden große Umsätze. Und ja, richtig, richtig wild. Und da muss man sich das anschauen. Du earnst einen Zweitcoin, der unendlich Inflation hat. Wie bei Axie erst 10 am Tag, jetzt vielleicht 20 Cent. Also 10 Dollar am Tag, jetzt 20 Cent am Tag. Die Preise werden auch droppen, da du neue minden kannst. Und wie bei Axie, checke nicht, wie man so ein Projekt so pumpen kann. Für mich ist es komplett überbewertet. Aber umso besser, denn ich halte anders viel Illuvium. Das wird mindestens 10x Steppen gehen. Okay, Fun Steppen, aber vor 2-3 Wochen auch schon überbewertet. Ja, zu Smooth Love Potion. Das ist vom größten Spiel ever. Hier die Ingame-Währung, die wurde krass gehypt und ist jetzt im Endeffekt fast wertlos. Du bekommst im Spiel weit nicht mehr die großen Rewards, die schon einmal da waren. Deshalb denke ich auch, am Anfang rein zu investieren, ja, schlau, das Geld dann in diesem Spiel zu verlieren oder einfach im Spiel zu lassen, denke ich, ist ein Fehler. Man sollte schon schauen, dass man sein Investment zumindest zur Hälfte wieder rausnimmt. Weil es geht hier einfach um Geld. Es geht hier um Profite machen. Und es gibt Projekte, die es einfach schon vorgezeigt haben, wie das in der Regel funktioniert, wie die Preise sich entwickeln. Und da schaue ich mir das einfach an und denke mir so, okay, ich bin eher auf dem Weg, dann Profite rauszunehmen, anstatt meine Schuhe ins unendliche Nirvana hochzuleveln. Aber natürlich, es könnte noch unglaublich weit nach oben gehen mit diesen Turnschuhen, mit diesem Move-to-Earn-Hype. Leute, schaut euch das an. Es gibt Affenbilder, die mehrere 100.000 Dollar kosten. Und da hat jemand seinen Senf dazugegeben. Ich glaube, das Projekt hat viel Potenzial. Das ganze Leveln, Minting, Mystery-Boxen, das ist sehr ausgeklügelt und gut gemacht. Die Live-Funktion wird dann auch für die breite Masse zugänglich machen. Stimmt, weil vorher können sich viele Leute die Schuhe gar nicht leisten. Und dadurch, dass nur 2000 Invite-Codes am Tag rausgegeben werden, kann ich mir auch vorstellen, dass der Hype so in die Länge gezogen wird. Ja, stimmt auch wieder. Aber alleine der Suchtfaktor durch das Gaming stimmt mich sehr bullisch auf mein paar Steppen-Sneaker und die beiden Token. Gerne mehr Videos zu dem Thema. Ja, also das stimmt. Dieses Hinauszögern, dieser Eintrittsrechte und auch der Spielfaktor ist schon ziemlich cool. Und da muss man dem einfach recht geben. Die Masse zieht es an, man sieht es an den Kursen, man sieht es an der Nachfrage, die Floor-Prices der NFT steigen. Also es sieht noch richtig cool aus und ich bin aktuell einfach am Profite nehmen, weil es gerade gut läuft. Und genau wenn es gut läuft, sollte man ja auch Profite nehmen. Ich möchte vor allem eins sagen, du musst Investor sein und nicht Spieler und nicht Turnschuh-Sammler und nicht NFT-Sammler. Du bist Investor. Du spielst hier nicht, du investierst. Deshalb musst du einen klaren Fokus haben bei diesem Spiel, weil keiner weiß, wie das Projekt in zwei bis fünf Monaten sein wird. Wird es noch im Plus sein? Gehen wir den Bach runter? Werden alle NFTs 100x machen? Was theoretisch auch sein könnte. Und dein Ziel sollte aber trotzdem sein, Gewinne zu realisieren. Du willst kein Minus machen, das musst du einfach bedenken und das geht nur, wenn du Profite nimmst. Und dann stell dir einfach die Frage, stell dir vor, in zwei Monaten ist das Ding platt oder in einem Monat. Wärst du in diesem Worst-Case-Szenario im Profit, wäre es ein großer Verlust, wäre es ein kleiner Verlust. Und auf dieses Ziel hinzuarbeiten, dass du einfach ab einem bestimmten Punkt sagst, hey, es ist egal, ich bin massiv im Plus, meine FT's, die gehen, ich kann sie verleihen, ich verdiene Geld und Geld und Geld. Das sollte dein Ziel sein und nicht dein ganzes Vermögen da drin zu haben, weil es ist ein krasser Gamble. Wenn du eine andere Meinung hast oder irgendwelche Punkte besonders hervorheben möchtest, die dir bisher im Spielen aufgefallen sind, was deine Herangehensweise ist und was du bisher so verdient hast, schreib es gerne in die Kommentare. Dann können sich auch neue Leute daran orientieren, ist jetzt die Masse zufrieden, ist die Masse unzufrieden, wo sind die neuen Projekte, welche Projekte haben Potenzial? Schreib das unbedingt unten in die Kommentare rein, auch für den Algorithmus, dass YouTube einfach vielleicht diesen Hype mit aufpickt, Steppenvideos ein bisschen größer macht, weil so kommt natürlich auch neue Zuschauerschaft und neue Investoren in das komplette Spiel. Ein Like, wie immer, ich freue mich drüber, schaut gerne im Kanal ein paar Steppenvideos durch, ich bin da im Prinzip fast schon Fanboy geworden. Das ist auf jeden Fall meine Zusammenfassung von der ganzen Thematik, das unbewusste Risiko bei Steppen, weil viele Leute vergessen Profite zu nehmen. Ich hoffe, ich konnte euch da im Teil beitragen, ein bisschen Überlegungen anzustellen, wie ihr möglichst profitabel euer Investment hier dann raus splitten könnt. Und dann wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß, Happy Games beim Gehen mit den ganzen Move to Earn Tokens, richtig, richtig cool. Ich wünsche euch was, wir sehen uns demnächst und dann ciao, ciao.